Ein herzliches Hallo von mir an euch. Willkommen zu einer neuen Folge Dead by Daylight. Warum war bei David gerade kurz das Zeichen dafür, dass er geschlagen wurde? Und warum hatte ich kurz den Sound, als hätte ich einen Gegenstand abgestellt? Das ist doch nicht der Sound der Obsession. Ist das geändert? Oh nein. Es ist ein Trickster. Glaube ich. Aber hey, willkommen zur Naked Challenge. Cool. Ja, willkommen zum Versuch der Naked Challenge. Sagen wir es mal lieber so, weil es ist gefühlt meine sechste Runde gegen den Trickster. Ich habe keine Ahnung, wie ich vor ihm weglaufen soll. Es ist alles einfach nur Glück und Zufall. Und sowieso. Ich gucke mal als erstes, ob ich ein Medikit finde. Weil ich habe ja nichts dabei, wie ihr seht. Ich bin ja knackig. Ja, cool. Dann halt eine braune Toolbox. Oh, jetzt bleib halt hängen. Oh mein Gott, warum kommt der zu mir? Ja, klar. Ja, klar. Oh, oh, oh. Ich bin gleich down, Leute. Hilfe. Wieso geht der rote Status nicht weg? So, hilf mir doch. Okay. Ich habe kein Balanced Landing. Rettet mich, Mates. Rettet mich. Oh, Taschenlampe. Es ist zu früh. Er tuckt weg. Er wird mal rum. Ich war noch nicht... Doch, ich war immer ganz kurz am Jen. Mist. Ich kann mich ja nicht heilen. Warte mal da. Wo ich lange ran bin. War eine Kiste. Flüe ist halt auch so laut. Jagd David. Es wäre cool, wenn mich jemand heilen würde. Ich weiß jetzt auch nicht, wo die Jens angegangen sind. Also der am Keller müsste noch sein. Warum hocken die alle hier? Danke fürs Heilen, David. ich weiß nicht. Ich weiß, es geht durch. Ich weiß, es geht durch. Ich weiß nicht, was ich und du dich nicht einmal planst. Ich weiß, was ich. Wof precise ich nicht. Ich glaube, ich werde nicht mehr geheilt. Sorry übrigens, dass ich gerade irgendwie nichts weiter gesagt habe, aber ich bin so... Oh, heal me. Der eine Ausgang ist dort. Der andere... Am Ende der Straße. So, ich werde mich jetzt mal vornehmen zurückhalten. Er scheint am Haken zu bleiben. Er hat Meg. Meg, komm! Meg! Oh, oh. Blutwächter. Sorry, Leute. Ich bin so ein Anti-Mate. Aber ich möchte gern endlich meinen ersten Erfolg feiern bei meiner Naked-Challenge. Es ist punktetechnisch. Habe ich halt nichts gemacht, die Runde. Es tut mir leid. Es ist... Aber... Ach, was soll's? Danke fürs Zuschauen, ihr Lieben. Wir haben das erste Häkchen bei unserer Naked-Challenge. So kann's weitergehen. Danke fürs Dabeisein. Hab ich das gerade schon gesagt. Ich weiß es nicht. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Macht's gut. Adieu. Bye, bye.